Ich sage vielen Dank, es war sehr erhebend für mich hier zu sein, macht weiter so und ich freue mich sehr, dass ich jetzt jemanden ankündigen kann, der mich beim Fernsehen schnöde im Stich gelassen hat, aber draußen geht's weiter, Georg Schramm! Sehr verehrte Damen und Herren, war es lauter? Sind Sie durch das Gegröle von Herrn Priol verwöhnt? Jetzt weiß ich ja, warum er die ganze Zeit so rumgeblökt hat, Herr Grauner. Ich möchte, man kann nicht schreien, wenn man ein persönliches Bekenntnis ablegen möchte. Ich möchte aber ein persönliches Bekenntnis ablegen. Ich lebe seit 1976 im badischen Teil von Baden-Württemberg. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ich jemals den Weg nach Stuttgart nehme, um diesen Bahnhof zu verteidigen. Das kann ich immer so machen. Immer wenn es genug ist mit dem Gedudel, machen Sie so, auf Sie wird gehört. Das war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Nichtsdestotrotz bin ich hier, Herr Priol hat mich genötigt, er hat mich persönlich geschmäht, also hatte ich keine Wahl. Ich möchte Ihnen zwei Zitate an den Anfang meiner Ausführungen stellen, nachdem Herr Priol ja den Volksseele zum Kochen gebracht hat, das Ganze wieder etwas ruhiger gestalten. Als Schlichter, hören Sie auf zu Triller pfeifen, wenn ich sage ruhiger gestalten. Heiner Geisler, der alte Jesuitenknochen, dem, glaube ich, so manch einer in seiner christlichen Unionspartei wünscht, er wäre damals mit dem Gleitschirm endgültig abgestürzt. Heiner Geisler hat vor Jahren gesagt, den Konservativen in diesem Land fehlt der Mut, zuzugeben, dass Sozialismus und Kapitalismus in gleicher Weise gescheitert sind. Ich glaube, hier ist ein Anfang von dem, was danach kommen kann. Ich verstehe jetzt auch, warum Heiner Geisler partout in der CDU bleibt. Das Quälpotenzial ist größer, wenn er die Partei nicht verlässt. Letztlich, letztlich ist Heiner Geisler unter Umständen einer der letzten Hoffnungsträger dafür, dass konservativ was anderes sein könnte als ein Schimpfwort. Wir können doch nicht etwa Roland Koch die Meinungsherrschaft über die Definition von konservativ überlassen. Das können die Konservativen nicht zulassen, die noch halbwegs Hirn im Kopf haben. So, ich möchte, mein Peter, mein zweites Zitat für den heutigen, für diese 50., wie ich gehört habe, Montagsdemonstration, ist von einem Papst. Das mag überraschen, denn das, was der lebende, wäre zu viel gesagt, der derzeit noch existierende Papst so von sich gibt, ist nicht zitierenswürdig. Man muss über tausend Jahre zurückgehen und einen zitierfähigen Papst zu finden. Papst Gregor der Große hat im siebten Jahrhundert gesagt, als Motto für heute Abend und die folgenden Monate. Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr Dienstbart zur Hand geht. Der Zorn, den wir hier erleben, den wir unterscheiden, sagen Sie, übersetzen Sie wirklich alles, was ich sage. Wie übersetzen Sie Zorn? Könnte von mir sein, nicht schlecht. Sehr gut, ja. Und, Moment, jetzt aber, und Wut. Aha, sehr interessant. Die geballte Faust und das andere mit offener Hand. Sehr gut, merke ich mir. Freunde, der Zorn steht an der Wiege der abendländischen Kultur. Die Ilias von Homer beginnt mit einer Ode an den Zorn. Thomas von Aquin hat den Zorn für eine wesentlich Gestaltungskraft menschlicher Zivilisation gehalten. Ich bin auch nicht fertig. Und der Zorn, der sich hier offenbart, ist nicht blinde Wut, die als die unbeherrschte kleine Schwester des Zorns durchgeht. Es ist ein Willenszorn, den wir achten sollten. Ich habe jetzt begriffen, dass Sie mit oben bleiben, gar nicht mich meinen. Ihnen muss doch einer was ins Grundwasser gemacht haben. Das können doch nicht die Württemberger und Schwaben sein, von denen man mir früher immer gesagt hat, fahr nicht freiwillig nach Stuttgart. Das kann nicht sein. So, jetzt aber zurück. Wir waren, glaube ich, beim Papst. Na, haben wir schon erledigt. Lassen wir es weg. Ich möchte zur Bundeskanzlerin kommen und ihrer mutigen Äußerung, dass sich bei der nächsten Landtagswahl auch das Schicksal über Stuttgart 21 entscheidet. Bei der Landtagswahl. Man wirft dieser Kanzlerin ja Opportunismus vor. Ich werde Ihnen sagen, ich wäre froh, wenn sie einen gewissen Opportunismus hätte, so wie ich ihn eigentlich übersetze. Wenn sie opportunistisch wäre gegenüber dem Volkswillen, dann ging es diesem Land besser. Dann gäbe es keine Wiedereinführung der Atomkraft, keine Verlängerung, keinen Afghanistan-Krieg. Es gäbe einen Mindestlohn und keinen neuen Bahnhof in Stuttgart. Es gäbe, auf das Lügenpakt komme ich gleich, nur ein Augenblick Geduld. Dann gäbe es übrigens auch anderes Verhalten gegen Großbanken und ein Berufsverbot für Anlageberater, wenn sie opportunistisch wäre gegenüber dem Volkswillen. Was sie eben nicht ist. Sie ist opportunistisch gewesen. Das Volk würde herzlich gerne den Geldverleihern wieder das ansehen geben, das sie früher hatten. Nämlich als man sie noch Geldverleiher nannte und als sie durch Dienstboteneingang den Zugang zum Haus der Herrschenden suchen mussten. Und nicht wie heute, wo die Ackermänner und Nonnenmacher zum Tisch geladen werden zur Dunsfreudin der Macht. Und diese Frau, diese Frau, diese Frau, diese Frau ist auch keineswegs die mächtigste Frau der Welt. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Die mächtigsten Frauen im eigenen Land sind Frauen wie Liss Mohn und Friede Springer. Die Herrscherinnen über Bild und Berndelsmann. Und eine Handbewegung von Friede Springer würde reichen, damit die Lohnschreiber von Bild die Herrscherin Merkel vom Thron werfen, wenn sie nicht mehr opportun gegenüber der Macht ist. Das ist die Realität in diesem Land. Und nun... Nun kommen wir noch zum Lügenpackrufen. Ein schöner Zwischenruf, wenn ich das sagen darf. Ich möchte auch eine kleine Begebenheit aus meinem Bahnleben zum Besten geben. Ich bin vor zwei Tagen aus Erfurt wieder nach Hause gekommen. Da durfte ich die Durchsage erleben. In meinem langen Leben habe ich noch nie eine solch entzückende Durchsage gehört. Der ICE 1077 befindet sich im Zulauf auf unserem Bahnhof. Ich weiß ja, was der Mann damit gemeint hat. Aber dann überlegt man, was ist aus der Sprache geworden? Wenn man sie hört, wie sie mit uns reden. Sie reden ja gar nicht mit uns. Das ist ja der springende Punkt. Einer der Gründe, warum sie hier zum 50. Mal sich versammeln und nicht mehr wollen, besteht ja darin, dass die Art und Weise, wie mit uns, nicht mit uns, sondern über uns und gegen uns gesprochen wird, einer ganzen Generation von jungen und mittlerweile auch von alten Leuten überdrüssig ist. Diese Art zu sprechen. Es ist die Sprache. Die Sprache ist in der Evolutionsgeschichte zu unserem großen Vorteil aufgekommen, weil wir dadurch kommunikationsfähig waren, uns miteinander verständigen konnten. Und das hat uns vorangebracht. Ob das wirklich die richtige Richtung war, lasse ich mal dahingestellt. Aber die Sprache diente der Verständigung miteinander. Und die herrschende Klasse hat es geschafft, sie ins Gegenteil zu verkehren. Sie verwirrt uns. Sie lügt mit Begriffen. Es sind Brunnenvergifter des sozialen Miteinanders am Werk. Wenn Sie sagen, Sprühregen bei Wasserwerfer, von dem ein 64-Jähriger das Augenlicht verliert, dann ist das auch kein Missgriff. Denn beim Missgriff der Sprache ist ein Versehen dabei. Das war kein Versehen. Es ist Vorsatz. Es ist sprachlicher Missbrauch. Und die Herrschenden in diesem Land tun es. Und niemand hindert sie daran. Die in den Fern... Ja, Fasten dann. Gut. Ja, ist gut. Es ist gut. Ja. Entschuldigung. Bitte. Das ist mir zu voreilig. Mappus kommt im März weg. Jetzt haben wir was anderes zu tun. Immer eins nach dem anderen. Ich wollte noch eine Anmerkung zum Zorn machen. Bei meinem Zitat, dass die Vernunft sich mit dem Zorn zusammengepaart dem Bösen entgegenstehen kann. Wir haben ja vergessen zu erledigen. Was ist das Böse heutzutage? Heutzutage ist das die Bundes- oder die Landesregierung. Ich glaube nicht, dass ein Gestalt wie Herr Schuster oder eine Figur wie Herr Mappus, Randnotizen der Politik oder das Duo Infernal, Merkel, Westerwelle, die sind nicht das Böse. Dafür sind sie eine Nummer zu klein. Sie sind vielleicht Mitesser des Bösen, Furunkel am Gesäß des Bösen, Handklanger des Bösen. Aber sie sind nicht das Böse selber. Die Triebfeder des Bösen ist die Habgier. Diese Erkenntnis haben alle Weltreligionen seit Jahrtausenden gemein. Und deswegen haben die Weltreligionen mit Kraft von Vernunft, Hirn, Aufklärung und allem, was ihnen zur Verfügung stand, die Habgier bekämpft, nur hier, auch in diesem Großprojekt, ist sie zum Kern einer Gesellschaft geworden. Das dürfen wir nicht zulassen. Was hier geschieht, geht über diesen Bahnhof weit hinaus. Ich bin davon überzeugt. Möglicherweise wird irgendwann in den Büchern stehen, dass hier ein Wendepunkt eines demokratischen Missverständnisses begonnen hat. Und wenn das in den Büchern steht, dann haben wir viel erreicht. Sehr viel erreicht. Denn die Demokratie bedarf dessen, was hier geschieht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dann, 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 vielleicht trauen sich die Politiker dann auch irgendwann nicht mehr mit ihren leeren Worthülsen hausieren zu gehen, die keiner mehr hören kann. In die Fernsehtalkshows zu gehen, von uns finanzierten Sendeanstalten in die öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten, wo sie ihre undichten Sprechblasen bei den Klofrauen Will und Illner entleeren. Und wenn er verrichten, ihrer intellektuellen Notdorf doch was nachtröpfelt, dann gehen sie drei Tage später noch zu Beckmann, Kerner, Lanz und Co., um sich bei der emotionalen Pissrinne und das Volk zu mischen. Das ist der Wärme. Ich weiß, dass ich den Satz schon seit Jahren sage, es hat sich ja nichts geändert, nur die Klofrauen werden ab und zu ausgewechselt. Ich sehne mir den Tag herbei, wo es ein Fernsehtalkshows den Mut hat, zu sagen, hören Sie zu, so können Sie mit mir nicht reden. Und wenn Sie die Fragen nicht beantworten, dann werden Sie einfach nichts mehr gefragt. Der wird dann entlassen, aber er ist dann Vorbild auf den Journalisten zu. Eine kleine Bemerkung noch zu dem oft zitierten Satz, der in mehreren Variationen über uns ausgegossen wird in den letzten Wochen. Wenn es passieren sollte, dass Menschen mit Demonstrationen ein solches Großprojekt, das demokratisch zustande gekommen ist, zu Fall bringen, dann würde es in diesem Land nie mehr ein Großprojekt dieser Art geben können. Mögen Sie Recht haben mit dem, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen.